Das Alter Eine Frau hatte Herzprobleme und ging zum Arzt. Dieser Arzt hatte erst vor kurzem begonnen im Krankenhaus zu arbeiten und kannte die Frau nicht. Этот Arzt начал работать в больнице совсем недавно und nie war mit einer Frau nicht знаком. Also stellte er ihr zuerst ein paar Fragen. Поэтому сначала er hat ihr ein paar Fragen gestellt und natürlich fragte er sie nach ihrem Alter. Nun, antwortete die Frau, ich erinnere mich nicht, aber ich werde versuchen, mich zu erinnern. Nun, antwortete die Frau, ich erinnere mich nicht, aber ich werde versuchen, mich zu erinnern. Sie dachte ein wenig nach und sagte dann, ich erinnere mich, Herr Doktor. Als ich heiratete, war ich 18 Jahre alt und mein Mann war 30. Jetzt ist mein Mann 60 und das ist zweimal 30. Das heißt, ich bin zweimal 18 Jahre alt. Also bin ich 36, oder? Wo ist die Frau hingegangen? Kudä пошla женщina? Warum ist sie zum Arzt gegangen? Warum kannte der Arzt sie nicht? Warum kannte der Arzt sie nicht? Was hat er zuerst gemacht? Wonach hat er die Frau gefragt? Was hat sie geantwortet? Was hat sie gesagt, das zu denken, gibt? Was hat sie gesagt, das zu denken, wie alt war die Frau wirklich? Wie alt war die Frau wirklich? Wie alt war die Frau wirklich?